Grüezi miteinander, recht herzlich willkommen zum heutigen Coop-Mittwoch-Studio. Zuerst melden wir uns heute aus dem Osterland. Und das Osterland ist dort, wo es die riesigen Schokkihasen und die feinen, feinen Schokkieier gibt. Und natürlich auch die prächtigen Blumen in allen Farben. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Coop-Laden schauen, dann finden Sie ganz sicher allerlei von diesen lustigen Sachen. Und klar, der Osterhals hat jetzt alle Händen zu tun. Uns hat er ja auch viele Überraschungen mit ins Studio gebracht. Aha, auch eine Überraschung für mich, danke vielmals. Bei Coop gibt es jetzt natürlich ganz besondere Osterspezialitäten. Wie zum Beispiel die ganz feinen, günstigen Halbeier aus feinster Arnimilchschokki in einer grossen Auswahl, und zwar gefüllt mit feinster Praliné in allen Variationen. Oder Schokkihasen, braune und weisse. Ganz grosse wie dieser hier aus feiner Arnimilchschokki. Und dieser hier, der lacht nur noch bis zum Ostersunntag. Aber am liebsten hätte ich einen von diesen hier mit den feinen Mandelsplittern. Aber auch glatte Spielsachen gibt es jetzt bei Coop. Wie zum Beispiel die kuschelig weiche Plüschtiere. Oder die Bäbelchen im Korb. Der Plastikfussball von der WM in Spanien. Die solide Garnitur zum Sendeln. Die lenkbare Spielzeugauto. Oder das originelle Soft-Ping-Pong-Spiel. Und natürlich ist nicht zu vergessen auch die Blumenecke in Ihrem Coopladen. Besonders aktuell sind jetzt natürlich die Osterglocken. Oder dann auch die prächtig gemischten Osterströße. Und jetzt haben wir noch eine ganz spezielle Osterüberraschung bereit. Alle Leute, die einem Kinderheim nahe stehen, sollen uns doch bitte eine Postkarte schicken. Die ersten 5 Kinderheimnämli, die uns genannt werden, werden von unserem Osterhas besucht, die eine Hütte voll mit allen Ostergeschenken hat. Also schicken Sie uns doch bitte eine Postkarte an folgende Adresse. Coop, Mittwochstudio. Osterhase. Postfach. 4002, Basel. Und jetzt wie immer zu weiteren Coop-Aktualitäten von dieser Woche. Ein interessantes Angebot bietet Ihnen Coop-Fotoservice. Wenn Sie Ihren Farbfilm jetzt kopieren lassen, so ist es entwickeln gratis. Eine bewährte Dienstleistung von Coop ist der Coop-Rechtsschutz. Wenn Sie einmal Recht brauchen, dann wissen Sie, dass Sie das nicht automatisch rüberkommen. Um das eigene Recht durchzusetzen, braucht es viel Spezialkenntnis, Erfahrung und Verhandlungsgeschick. Und da kann Ihnen eben der Coop-Rechtsschutz wirkungsvoll helfen. Und zwar auf dem wichtigsten Gebiet. Denn jetzt gibt es den Coop-Multirechtsschutz. Der hilft Ihnen bei Ihren Rechtsproblemen als Verkehrsteilnehmer oder als Konsument. Achtet Sie auf diesen Beitrag in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Oder verlangen Sie direkt Unterlagen bei Coop-Rechtsschutz 5001, Aarau. Mh, da schmeckt es nach einem besonders gesunde Gemüse. Also rüber in die Studioküche. Grüezi miteinander. Bei Coop gibt es jetzt ein reichhaltiges Angebot an ernten frischen Fencheln. Hier ist ein fein Rezept dazu. Bachene Fencheln. Für vier Personen brauchen Sie 750 Gramm also etwa vier Fencheln. Dazu zwei Eier und drei Esslöffel Mehl. Und so wird es gemacht. Den Fencheln haben wir in cm dicke Scheiben geschnitten und im Salzwasser halbgar gekocht. Jetzt werden die gut abgetropften Fenchelscheiben zuerst im Mehl gewendet. Und dann noch einmal im Ei. Und jetzt können wir die Fenchelscheiben in 60 Gramm Pflanzenfett beidseitig goldgelb machen. Das feine Rezept von den Bachene Fencheln finden Sie diese Woche in Ihrer Coop-Zeitung. Einen guten. So, wir danken Ihnen, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Und wünschen allen recht frohe Ostern. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop die Frucht- und Gemüsekonserven. Ananas, Fruchtcocktail, Pfirsich, Spargelspitzen, Champignons, Erbsli mit Karotten und Gemüseplatten zu einem besonders günstigen Preis. 270 Gramm Knorr-Aromat-Streuwürzen für 2.30 Franken. 1 Liter Coca-Cola für 90 Rappen. 3 Zimmergrünpflanzen für 6.20 Franken. Und nur morgen, über morgen und am Samstag. 5 Kilo Dasch statt 17.90 nur 14.90 Franken. 2 Liter Tedidus statt 3.40 nur 2.90 Franken. 1 Kilo Enka statt 5.20 nur 4.20 Franken. Ausländische Treibhausgurken für das Stück 90 Rappen. Auf Wiedersehen!